Genau, es hat uns gestört, dass es für Jugendliche so schwierig ist, vernünftig zu löten und generell zu entwickeln. Also haben wir geschaut, wie man das gut auch für andere reproduzierbar macht, dass man das Löten einfacher und angenehmer macht. Und genau das wird euch Max jetzt erklären. Ja, also was natürlich schon mal ein ziemlich großes Problem ist, ist der Lötdampf. Es gibt ja mittlerweile schon bleifreies Lötzinn, aber in diesen bleifreien Lötzen sind auch Chemikalien drin, die man vielleicht nicht unbedingt einatmen möchte. Darum haben wir uns einfach hier einen ganz normalen Lüfter genommen, ich glaube der ist aus dem alten PC, und haben halt mit dem Lasercutter einfach quasi eine Pyramide, wo oben die Spitze abgeschnitten ist, ausgeschnitten. Und dadurch haben wir halt zum einen diesen leichten Unterdruck erzeugt, dass der Dampf halt eingesaugt wird, direkt vom Objekt weg. Und man kann auch optional ein Tempotaschentuch oder einen Kaffeefilter oder so vormachen, dass halt die Lämpfe gefiltert werden. Dann haben wir noch quasi uns ein kleines Labornetzteil mit dem DC-DC gebaut. Das heißt, wir haben dreimal Ground, dann 3,3 Volt, 5 Volt und 12 Volt. Heißt, wenn man ein bisschen experimentieren will. Das Ganze läuft über ein 12 Volt Netzteil dann. Und was wir noch geplant hatten, ist, dass wir quasi aus dem 3D-Drucker einen Fieder bauen für Lötzinn, der dann halt mit so quasi kleinen Röhrchen gesteuert werden kann. Das heißt, man hat dann eine helfende Hand hier. Weiß jemand, was eine helfende Hand ist? Okay. Und dann kann man quasi mit diesen Röhrchen da, also quasi dahin positionieren, wo der Lötzinn nachher hin soll, wenn man nicht gerade eine Hand frei hat. Und dann muss man halt quasi nur die Lötspitze dran halten. Dann hat man hier so ein kleines Fußpedal, haben wir auch aus dem Laser ausgeschnitten. Und wenn man das dann halt triggert, dann wird halt mit der Feedrate, die man ausgesucht hat, der Lötzinn dann draufgeschoben. Ja. Applaus